Ja, mein Moin und herzlich Willkommen zu einem neuen Review. Heute geht es um die Caddx Orca. Das ist Caddx aktuellste, ja, ich sag mal GoPro Session 5 Version einer Action Cam. Und ich hab mir das Teil jetzt ein paar Wochen lang angeguckt und viel getestet. Deshalb blende ich euch jetzt einfach, währenddessen ich euch hier die Daten über die Kamera durchsage, einfach mal das ganze Test-Bootage ein, was ich halt eben aufgenommen habe. Das ist wie gesagt eine Action Cam. Sie kann bis zu 4K und 30fps. Es geht aber natürlich auch zum Beispiel 1080p, also Full HD und 120fps. Wir haben hier eine Bitrate von bis zu 70 mbps. Die beiden Codecs H.264 und H.265 werden unterstützt. Wir haben ein Field of View von 160 Grad. Dann hat die Kamera eine Höhe und Breite wie eben eine GoPro Session 5, also 38x38 mm. Dementsprechend passt diese Kamera auch in alle älteren Mounts. Die Kamera wiegt 57,5 Gramm. Wir haben ein Anti-Shake-System, also EIS, Electronical Image Stabilization. Die Kamera kann via Wi-Fi ans Smartphone connected werden, womit man dann eben die Kamera auch einstellen kann. Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt und wir haben einen internen 900 mAh Akku, der ungefähr eine Stunde Aufnahmezeit gewährleisten kann. Im Lieferumfang haben wir die Kamera selbst, das Ladekabel für die Kamera, eine Anleitung und das Kameraglas. Das wird immer extra aufgeführt, aber es ist halt einfach hier, ich zeige euch das mal hier, es ist schon an der Kamera angebracht. Das heißt, dieses Frontglas hier kann man auch austauschen, falls es mal kaputt geht. Innerhalb der App kann man die Kamera dann komplett manuell einstellen. Also wir haben wirklich hier Zugriff auf alles Mögliche, was wir brauchen, um das Bild vielleicht noch mal ein bisschen professioneller aussehen zu lassen. Also manueller ISO-Wert, White Balance ist zwar mit Profilen ausgestattet, also man kann nur aus vier oder fünf Profilen auswählen, aber wenn man zumindest ein White Balance Profil auswählen kann, was sich dann nicht zwischendurch ändert, dann kann man damit ja auch schon mal ganz gut was anfangen. Und wir können natürlich dann die Electronical Image Stabilization ein- und ausschalten und generelle Settings wie zum Beispiel die SD-Karte formatieren und so weiter und so fort. Wir können die Kamera auch mehr oder weniger fernsteuern, aber hier sind wir dann natürlich auf die Reichweite von Wi-Fi, also WLAN, eben drauf angewiesen. Und das ist jetzt nicht unbedingt so weit. Dementsprechend könnte man zumindest via App die Kamera dann starten, wenn der Copter schon mal irgendwie zwei, drei Meter von einem entfernt liegt. Das Gleiche kann man natürlich aber auch über die Knöpfe machen. Ja, und wenn wir uns die Kamera mal ansehen, wir haben hier vorne eben das Glas, also mit der Linse dahinter. Dann haben wir hier ein paar, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so gut erkennen könnt. Da sieht man so halbwegs ein paar LEDs, die zum Beispiel hier das Wi-Fi so ein bisschen anzeigen, also ob eins an ist oder nicht. Dann haben wir hier noch eine LED, die zeigt dann an, ob gerade aufgenommen wird oder nicht. Wir haben hier oben die Lüftungsschlitze für das Mikrofon. Hier oben haben wir den Ein- und Ausschalter und das Teil fungiert dann auch als Aufnahmeknopf. Das heißt einmal drücken und die Kamera nimmt auf. Ein WLAN-Knopf, wenn man eben das WLAN hier von der Kamera anschalten will, um sich eben mit der App zu connecten. Wir haben hier hinten, hinter dieser Gummiwand, hinter dieser Gummiabdichtung quasi, haben wir den Slot für eine SD-Karte, Micro-SD in dem Fall. Und natürlich den Anschluss zum Laden für Micro-USB. Kommen wir mal zu den Dingen an der Kamera, die ich nicht so mag. Fangen wir damit mal an. Und zwar die Electronic Image Stabilization ist bei diesen Kameras, ja es gibt ja so eine ähnliche auch von Runcam, einfach nie wirklich ganz so gut. Also für Freestyle eigentlich fast gar nicht zu gebrauchen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich lieber ausschalten. Dann ist hier hinten der USB-Port so dermaßen eng hier unten an dieser Kante, dass jetzt zum Beispiel so ein Stecker hier wahrscheinlich gar nicht dran passt. Also da, der blockiert dann, ihr seht das hier vielleicht da so ein bisschen, der blockiert dann hier an dieser Kante. Das heißt, man ist fast gezwungen, das originale Aufladekabel von Caddx zu benutzen oder entsprechend hier was wegzufallen oder entsprechend andere Kabel zu nehmen, wo hier der Connector nicht ganz so dick ist. Das ist kein Riesenproblem, aber es ist natürlich ein bisschen nervig vom Design her. Ja und dann halt generell das Caddx Farbprofil und die Schärfe, egal welche Kamera von Caddx kommt, sie wird immer zu scharf eingestellt sein und sie wird immer von den Farben her ein bisschen zu gewaltig sein. Das kann man aber alles hier im Farbprofil innerhalb der Kamera einstellen, dass das halt wieder ein bisschen normaler ist, sage ich mal. Dann die Sachen, die mir wirklich sehr gut gefallen. Und zwar kann ich hier nämlich die Settings über die App komplett manuell einstellen. Das heißt, wie ich gerade schon erwähnt habe, ISO, Belichtungszeit, White Balance, das sind alles Dinge, wenn man etwas mehr Ahnung von Kameras hat und jetzt nicht einfach nur alles automatisch machen lässt, dann kann man das Bild dadurch entsprechend auch nochmal ein wenig professioneller aussehen lassen. Das ist super, dass man es hat. Dann fand ich die generelle Videoqualität eigentlich echt super. Also für YouTube und Instagram alles absolut top zu gebrauchen, habe ich überhaupt nichts zu meckern gehabt. Dann eben diese Live View über die App, also sprich, wenn man die Kamera über die App schon eingestellt hat bzw. connected hat, dann kann man eben entsprechend das Live Bild, was die Kamera gerade sieht, sehen und dementsprechend auch manuelle Settings vernünftig einstellen, weil man halt direkt sieht, was da eben im Bild passiert und ob jetzt die ISO vielleicht ein bisschen zu hoch ist oder zu niedrig und so weiter und so fort. Ist natürlich nicht für weite Übertragung, sondern eben nur in der WLAN-Reichweite. Also es ist jetzt kein Ersatz für irgendwie eine FPV-Cam. Dann, dass das Glas vorne austauschbar ist, ist super. Die Kamera ist, wie schon gesagt, klein und leicht. Und das Ding hält auch den einen oder anderen Crash echt ganz gut aus. Also ich bin mit dem Teil jetzt schon wirklich viel rumgeflogen und es ist auch öfter mal auf den Boden geknallt mit dem Kopter und da war bis jetzt überhaupt gar kein Problem. Und da hatte ich mir nämlich im Vorfeld ein bisschen Sorgen gemacht, dass die das vielleicht gar nicht so gut abkannen, weil die halt so leicht ist. Aber das war alles in Ordnung. Ja und als Fazit kann man echt sagen, also für die 99 Euro, die man hier für die Kamera auf den Tisch legen muss, kriegt man echt einiges für den Preis. Und für das Geld kann man die Kamera wirklich empfehlen. Vor allem, wenn ihr dann für euch hobbymäßig einfach Freestyle, Racing oder sonst was fliegt und ihr davon einfach vernünftige Aufnahmen haben wollt. Und da aber vielleicht aufs Gewicht achten müsst. Ja, also es geht sogar für kleinere Kopter. Die ganzen Aufnahmen, die ich jetzt damit gemacht habe, habe ich alle mit einem 3 Zoll Kopter gemacht. Und das war vom Gewicht her überhaupt gar kein Problem. Also Short-Fazit kann man sagen, ich kann die Kamera definitiv empfehlen. Ist für jeden was dabei und für 99 Euro kann man da wirklich überhaupt nicht meckern. Ich habe das Ding auf jeden Fall jetzt immer im Rucksack mit dabei, gerade auch für meine kleineren Kopter. Und ich bin echt soweit super zufrieden. Ja und das war es dann auch schon. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.